Und auch für den Hannes, die Faust! Der Hannes, der steht richtig im Saft! Und das große Ziel von Hannes Herrmann ist natürlich der Weltmeistertitel in den kommenden zwei bis drei Jahren. Und er hat das Zeug dazu. Und 45 Sekunden für den Hannes. Eine Minute für den Hannes Herrmann. Und die Null steht's. Eine Minute und zehn, Hannes Herrmann. Also, Platz 1, First Place, Hannes Herrmann, Null Fehler und eine Minute zehn. Und wir gehen weiter hier in unseren Etefels aus Frankreich, Vinzenz Herrmanns. Und in der Hitze von Heupach, eine Weltmasseleistung ist jetzt hier. Die Fahrer sind top unterwegs. Man muss natürlich auch sagen, die sind natürlich teilweise noch wesentlich schärfere Parcourser gewünscht. Ganz ruhig auf dem Rad, auf dem 26-Tollbike. Der Weltmeister von 2007 in St. Amars. Und 56 Sekunden in 55 Sekunden. Und 56 Sekunden in 55 Sekunden. Vinzenz Herrmanns. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020